Jetzt haben wir so beide nebeneinander. Einmal das Lichtgrau und einmal das Phönix-Weiß, was doch relativ heiß ist, oder? Sieht beide sehr schick aus. So, wir gucken uns jetzt mal. Den haben wir eben gefilmt, gibt jetzt ein eigenes Video zu. Hat Can gesagt, hey, genau mein Auto, aber die Can ist da relativ easy. Die sagt das bei jedem Auto. Das stimmt nicht. Nee? Nee. Ich vergleiche den ja dann schon mit unserem. Weil wir haben ja auch einen Eikofen, was ich alles vermisse, was alles da drin ist. Ja, ich sag nur, es gab früher mal so eine Sendung, die hieß Wünsch dir was. Kennst du die? Ja, Papa, mach mal die Augen zu. Hat meine Mama gesagt. Dann siehst du, was du hast. Ja, genau. Gar nichts. Ja, ist ja alles eine Geldfrage. Wenn du guckst hier eine Viertelmillion Euro. Jetzt ist aber vielen auch schon bekannt, dass eine Viertelmillion Euro, die es heute sind, vor 20 Jahren, ein bisschen weniger waren. Die Preissteigerungen sind ja ganz normal. Kannst du dir vorstellen, dass viele Familien sagen, ist schon viel Geld? Ja, ist definitiv viel Geld. Man kriegt dafür aber auch viel Auto. Das ist natürlich immer die Gegenseite. Beispiel. Was gibt es hier? Der ist ein bisschen länger wie der Grau, oder? Ja, es ist im Grunde der Midi. Das ist die kleinere Baureihe bei Phoenix. Der Einstieg sozusagen in die Phoenix-Welt. Und den gibt es jetzt für zum Beispiel 175.000. Das sind also gute 60.000 bis 70.000 weniger, so wie sie beide jetzt hier nebeneinander stehen. Und trotzdem werden wir gleich drinnen eine wunderschöne Rundsitzgruppe entdecken dürfen. Der hat richtig Power, der hier. Das heißt, der hat die gleiche Maschine, dieselben 200, wie viel, 7? 207 PS, 210 PS, je nachdem. Genau. Hängt so ein bisschen davon ab, welche Abgasnormen der gerade hat. Ach so, das variiert. Ja, geringfügig, ne? Also ich glaube, die aktuellen haben jetzt alle 207 PS. Und das ist ja Modell 24, also ein ganz brandaktueller. Brandaktuell. Das kann man übrigens auch schön sehen hier an diesen Full-LED-Lampen, die du hier mit reinkonfiguriert hast. Hast du gesehen? Ja, ich sage mal, man muss auch bei Nacht gut sehen können. Das Problem ist immer, ich tue mich immer so schwer, Sachen nicht auszuwählen. Deswegen steht er hier für 275.000. Man kann aber auch ein MIDI wirklich ganz realistisch auch für 235.000, 240.000 zusammenstellen. Das ist aber immer so schwer, weil jede Option hat seinen Vorteil und dann, ja. Sag mal, was geht denn am meisten am Hof weg? Die Sachen, die spartanisch ausgestattet sind mit gerade so Basic-Basic oder die Sachen, die voll, voll, voll sind? Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Also wir hatten jahrelang eine Zeit, wo nur voll ausgestattet verkauft wurde. Und das hat sich aber in den Jahren gedreht. Mittlerweile verkaufen wir auch von anderen Herstellern auch mal eine Concorde, ein Charisma mit weniger Ausstattung. Das war früher komplett ein Sonderling. Und heutzutage ist es so, dass wir sowohl beide Kundengruppen haben. Und so haben wir die Wagen auch ausgestattet. Mal voll ausgestattet und mal das Wichtigste drin, auf das man nicht verzichten kann. Ja, fangen wir mal an. Das Ganze sieht ja aus, es könnte auch jetzt ein Detlefs sein, ein Alpa oder sowas von der Optik her. Das würde ich jetzt aber immer nicht hören hier. Ja, ich mag Detlefs, bin da großer Fan von, aber Detlefs baut ja ein bisschen anders. Die bauen zum Beispiel nicht von außen nach innen. Das ist hier eine Besonderheit bei Phoenix. So ein bisschen wie Vario Mobil bauen die hier. Das heißt, erst die Kabine rein und die Möbel kommen alle durch das Nadelöhr durch, wie bei einer Geburt. Durch die Aufbautür in diesem Falle. Und ja, das ist schon wirklich ein Riesenaufwand. Aber die Midis werden auf dem gleichen Band produziert. Die haben den gleichen Aufwand, was die Kabine angeht, wie zum Beispiel ein Maxi. Wir unterscheiden da eher nur das Chassis. Und ja, das Wichtigste ist beim Midi drin. Zuladung? Hier sind wir jetzt beim 5,8 Tonner. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine Restzuladung von ca. 800 Kilo. 750 Kilo sowas um den Dreh. Das ist viel. Ja, das ist noch viel. Also wenn du überlegst, wir sind beim 5,8 Tonner. Das Coole ist hierbei die Spritzigkeit. Ja, bitte Can, öffne mal diese hochwertige Fahrerhaustür, die so oder so ähnlich auch bei einem Postbediensteten auch schon mal geöffnet wird. Ja, der auch so ein Iveco Daily fährt. Oder nette Auslieferungsfahrer aus Polen, die ich immer wieder sehe, die da auf so einem Auto auch schon mal gerne 2, 3, 4, 500.000 Kilometer runterreiten, oder? Also wir wollen es mal so sagen. Die Tür kann wahrscheinlich ein Vielfaches ab, was sie wirklich beim Reisen wie ihr Leben wird. Also diese Dinger sind ja gebaut, um irgendwelche Lasten. Ich sehe das ganz oft so im kleinen Güterverkehr. Also wenn die da fahren, jetzt werden ja diese demnächst ja auch alle Maut zahlen. Deswegen werden wir die weniger sehen. Ja, wir gucken mal. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bin mal gespannt. Also die Maut wurde jetzt angepasst, auch ab 3,5 Tonnen für den gewerblichen Güterverkehr. Für Wohnmobile gilt das nicht. Das heißt, das hier ist ja auch deutlich, das kennen wir als Wohnmobil, ist auch so eingetragen. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Basis, damit du viel Spaß haben wirst. Wir haben nämlich einen Heckantrieb. Und damit kriegst du natürlich auch die PS auf die Straße. Und ich sage mal, bei so einem Leichtgewicht, 207 PS, das ist schon ordentlich was. Der fährt sich wirklich wunderbar spritzig. Hat einen schönen kurzen Radstand. Also mit dem hat man ordentlich Fahrspaß. Ja, setz dich doch mal rein, Jan. Denn was direkt mal auffällt, ist, und wenn du den Sitz jetzt mal drehst, bitte, sei so lieb. Da müsste irgendwo vorne das Drehding sein, mit dem du ihn drehen kannst. Nee. Und guck mal hinter dich, wo solltest du ihn hindrehen? Du bist so blöd. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. Wie geil. Ich habe dich bekommen. Guten Morgen. Aha. Da ist natürlich nichts zu drehen. Da ist nichts zu drehen. Warum ist denn hier... Das ist eine abgetrennte Fahrerhauskombine. Was mir persönlich auch am besten gefällt. Ich habe sie dranbekommen, einmal. Aber das ist ja das Schöne hier beim Alkohol. Du hast das Fahrerhaus komplett getrennt, Luca. Ja, genau. Thermisch getrennt. Das sieht man in diesem Grauen. Das wird zugezogen durch die Schiebetür und dann hast du keine Kältebrücke mehr. So, guck mal. Ein Lederlenkrad. Das würde ich für dich jetzt mal direkt abmachen und wieder ein Kunststofflenkrad hinmachen. Schön. Schön. Also ich kann es mir auf jeden Fall schon mal vorstellen, wie das so ist, wenn ich meinen Führerschein gemacht habe. Dich ersetze. Zeig mal hier die Lenksäule. Auch die kannst du ja einstellen. Hier drunter. Genau. Zieh mal runter. Und kannst sie einmal so und einmal so einstellen. Das ist ganz praktisch. Das ist ein richtig schöner kleiner LKW und der genießt auch diesen LKW-Service. Das heißt, die kommen bei Wind und Wetter rausgefahren und tragen im Falle eines Defektes dir das Auto sogar noch händig auf den Sattelauflieger. Ja, ich sage mal, bestenfalls brauchen wir natürlich da gar keinen Notdienst, sondern der fährt einfach. Und da werden wir nicht vergessen, dass die Fahrzeugchassis, so ein Iveco, der hat natürlich viel weniger Laufleistung beim Reisemobil, als wenn das jetzt im leichten Güterverkehr der Fall ist. Da kann man eher nochmal ein Thema haben, weil er zu wenig am Ende unterwegs ist. Zu wenig. Also die meisten... Wenn ich so ein Fahrzeug wirklich nur 3.000, 4.000 Kilometer im Jahr mache, das ist natürlich schade drum. Das sind jetzt schöne Fenster drin. Die sind jetzt getönt, die kriege ich aber auch komplett durchsichtig, wenn ich will. Das ist jetzt hier der Serienzustand. Die sind so tatsächlich in Serie verwendet. Wir können sie natürlich auch heller bestellen, das ist gar kein Thema. So, wir machen mal auf. Lieber Luca, hast du den Schlüssel dabei? Geht ihn mal holen. Ich glaube, mal schnell um die Ecke. Bestens vorbereitet auf diesen Dreh. Du kannst aber schon mal... Das ist was. Was könnte das sein dann? Der Außenwasseranschluss? Für? Nee, das ist es nicht. Guck mal, wenn du mal liest, was drauf ist... Kann man da den Wassertank befinden? Nee, einfach mal lesen, ja. Oh, okay. Der Spülanschluss für den Fäkalientank. Genau, das heißt... Ich hätte gesagt, das ist der Außenwasseranschluss. Ginge auch. Könnte sein. Dann können wir noch zwei weitere schauen. Genau, wenn du mal kurz guckst. Das machen wir nochmal 50-50. So, jetzt nochmal raten. Erstmal links, was ist hier? Das ist aber jetzt auch doof. Also, das ist der Außenwasseranschluss. Frischwasser. Tadä. Und hier? Das ist der Außenwasseranschluss. Was könnte das sein, Jan? Der Außenwasseranschluss? Nee, Grauwasser. Grauwasser, hätte ich mir auch denken können. Das sind alles Spülanschlüsse. Ja, damit muss ich dann nicht eben rein ins Fahrzeug. Und ich habe auch keine Spülanschlüsse im Innenbereich, die ich nutzen muss. Sondern die sind schön draußen. Wenn was daneben läuft, ist egal. Toll, oder? Außenwasseranschluss? Der Außenwasseranschluss? Der ist nicht verbaut. Der habe ich nicht angekreuzt. Das Lenkradüren verstellbar. Das habe ich mit angekreuzt. Also, ich erkläre das gerade nochmal. Wenn du gerade nochmal öffnest, Jan. Jetzt ist ja hier der... Jan, wenn du mal gerade rechts nochmal aufmachst. Also, hier ist ja jetzt der Grauwassertank. Und der kann von oben mit Frischwasser befüllt werden, damit er gespült werden kann. Ja, das macht Sinn. Da kannst du sogar Spüli reinmachen, theoretisch. Ja, so, ich sage mal, Naturspüli. Und da macht man das rein mit warmem Wasser, fährt damit eine Runde und dann ist der wieder properer, oder? Ja, dann schäumt das ordentlich und dann ist der Tank auch sauber. Ja, bitte Bio-Spüli nehmen. Da könntest du nämlich nehmen. Das ist was, Jan? Das ist die Eiderheizung. Wow! Und das da hier links, guck mal hier, das graue Ding da, das braune? Das ist der Wärmetauscher. Luca, nicht vorsagen. Das ist der Wärmetauscher. Was ist denn Wärmetauscher dann? Der... Jetzt kommen wir nicht mit, der tauscht die Wärme. Kalt und man tauscht es in warm. Wo kommt das her, das Warme? Aus der Heizung? Ich weiß es nicht. Luca, erklär mal. Vom Motor? Vom Motor, tatsächlich. Ja, ja. In letzter Sekunde nochmal schnell. Nein, aber der Motorwärmetauscher tauscht das warme Wasser, was wir 90 Grad vom Motor bekommen, in die Heizung über. Also während der Fahrt kann ich damit den Aufbau heizen. Genau, und andersrum geht es auch, wobei dann natürlich vorne am Motor nur maximal die Heizungstemperatur bekommt, die im Kreislauf ist. Ah, das heißt, ich kann den Motor vorheizen? Ja, sieht man dann in dem Moment natürlich nicht, weil der, glaube ich, erst bei 40 Grad ausschlägt. So, sehr schön. Was ist noch zu sehen? Hier ist so eine Leitung, rot. Also hier haben wir die Umweltspumpe für die Heizung selbst und die Entleerungsventile, wenn ich den nach 5, 6 Jahren mal die Flüssigkeit erneuern muss, sind schön im Doppelboden. Macht nichts, wenn wir da ein bisschen pütschern würden. Und rechts haben wir dann die Druckwasserpumpe, die ist auch serienmäßig und die ganzen Ablasshähne. Das, was jetzt abgeschraubt ist, ist jetzt wegen Winter der Filter, der wird vor Aussieferung dann einmal erneuert. Der platzt gerne. So, und das ist, wenn da noch ein bisschen was drin ist und da hast du alles richtig gemacht. Ist mir schon passiert. Man spricht ja hier immer von, tatsächlich von Sachen, die einem selber mal passieren. Das lerne ich alles. Was fällt dir denn an der Klappe auf, Can? Keine Ahnung. Die geht nach oben auf. Achso, ist das nicht normal? Nee. Es gibt viele immer noch, die nach unten aufgehen. Ich habe aber ehrlich gesagt noch keine gesehen. Doch, es gibt die allermeisten. Also viele gehen nach unten auf. So kann man es immer noch. Also auch im Jahr 2024. Was hat denn das für Vorteile, wenn es nach oben aufgeht? Also ich sage mal so, man kann die Klappe zum Beispiel nicht mehr fallen lassen, wenn der Schlüssel noch drin steckt. Da haben wir ganz viele Dellen immer im unteren Schützenbereich. Es ist auch so, dass es optisch gesehen ist, natürlich auch schon schicker. Man hat es ja nicht ganz so stark im Weg. Und was ich bei Phoenix genial finde, wie einfach die das gelöst haben. Die haben wirklich einfach einen Dämpfer herangesetzt und den an der Rückwand oder an der Außenwand gekontert. Und damit verliere ich auch keinen Platz, weil wir haben ja viele Fächer, die nach oben aufsteigen, wo man dann hier unten einen Klappenverregelungsschloss hat. Und das ist immer schön im Weg. Das haben wir hier gar nicht. Es gibt noch was Schönes. Hier unten wären normalerweise da die Scharniere, die jetzt hier oben sind. Und die sieht man also hier ganz gut. Und die laufen nämlich bei den anderen, wenn sie unten sind, immer schön mit Dreck voll. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir trotzdem, obwohl die oben sind, die Teflonbeschichteten verwenden. Die sind dann nochmal unempfindlicher. Aber wenn du hier unten drin hast, dann sammelt sich das in einen Klappengummi. Und dann läuft natürlich das Wasser ins Scharnier rein. Und dann kannst du dann natürlich gammeln. So, schön. Also kompletter Doppelboden. Dann hier. Das sieht aus wie das Gasfach, oder? So ist es. Kommt nochmal zusätzlich zum Gastank, je nachdem, was bestellt wird. Gastank geht? Gastank geht 90 Liter auf jeden Fall. Und alles andere muss man immer gucken, wie viel dann unten noch drunter ist. Der hat ja immer eine Elektroheizung mit dabei. Das heißt, man kann am Standplatz, machen auch viele, zum Beispiel das Gas angeschlossen lassen und die Elektroheizung auf zwei kW stellen. Das mache ich immer gerne. Wird noch ein bisschen Gas verbraucht. Was eher nicht gut geht, sind die drei kW alleine, habe ich gemerkt. Das ist dann ein bisschen blöd, weil der so viel Energie wegnimmt, dass eine Steckdose komplett ausgelastet ist. Ja, das ist natürlich, muss man ein bisschen gucken, wie das auch ausgelastet ist. Aber die meisten im Winterurlaub zum Beispiel, da haben wir die meisten Stellplätze, die zwei kW. Das geht ganz gut. Guck mal, da vorne, der ist schon kaputt, der Teppich. Wahrscheinlich Ausschuss, da ist ein Loch drin. Ja, genau, da hat sich jemand versägt mit der Stichsäge beim Teppichzuschnitt. Was ist das? Das ist tatsächlich die Aussparung für den Wohnraumtisch. Der hat ja einen kreisrunden Fuß. Johnny, magst du es mal mitnehmen, diesen Teppich? Den können wir gleich mal dranhalten drin. Denn das ist ein Wohnraumteppich, ist mit drin und das ist sehr praktisch. Man kann ihn als Schablonen später verwenden für neue Teppiche. Genau, den alten Teppich immer gerne verwenden. Auf keinen Fall wegschmeißen, der ist Gold wert. Also der in diesem Fall ohnehin, weil das ja ein Phoenix-Teppich ist. Der hat Luftfederung, sehe ich gerade. Der hat eine Luftfederung, genau. Der hat eine Heckluftfederung. Ist ganz gut, damit ich das Heck heben und senken kann. Wenn ich eine Fährauffahrt habe, dass ich dann nicht unbedingt aufsetze. Ist auch Komfort, muss man sagen. Komfort auch, wobei man sagen muss, dass so eine Luftfederung natürlich jetzt über der Heckachse, normalerweise sind ja Luftfederungen im Vorderenbereich, merkst du einen Riesenunterschied, aber es hat immer mehr Fahrstabilität. Also es ist auch, wenn ich, je nach Beladungszustand, geht der, glaube ich, automatisch sogar und nivelliert das. Stellt sich gerade, genau. Stellt sich gerade, also das ist schon sehr praktisch. Die Heckmaske, auch das ist dieselbe Heckmaske, das heißt, die hat nur reine optische Funktionen und ja, die wahre Rückwand, die auch wirklich, ich sage mal, isoliert und dämmt, die ist die hier und die ist gerade. Genau, die ist gerade, ist eine volle Sandwichwand und wenn wir jetzt mal außen gucken, dann sehen wir, dass das hier außen nur draufgesetzt ist, ist komplett leer. Hat den Vorteil, dass wir einfach eine durchgehende Wand haben, super stabil, perfekt isoliert und wenn ich mir hinten was anfahre, dann habe ich halt nicht gleich eine Undichtigkeit. Also es geht nicht direkt in den Innenraum? Ja. Hat ja auch diese schöne, ausziehbare Heck, nee, hat er nicht. Die gibt es beim Maxi, beim Midi geht das tatsächlich nicht, weil wir dann die Frontachse zu stark entlassen für das 50C Chassis, was drunter ist, da muss man dann zum Maxi greifen. So, was kostet der mehr, der Maxi? Okay, also 50.000, 60.000, sowas um den Dreh. 60 Kilo, echt? 60 Kilo? Nee, 1.000, ja. Kilo, ist ja jetzt neudeutsch. 60 Kilo mehr. 60 Kilo mehr, genau. So, und das heißt auch hier die Klappe und so weiter, das heißt das Ding ist eigentlich vollkommen identisch. Ist die Dicke des Sandwich auch identisch gegenüber dem Maxi? Der Kabinenbau ist komplett gleich, das war am Anfang anders. Am Anfang hatten wir bei Midi und Maxi unterschiedliche Dicken gehabt beim Sandwich, das haben wir komplett geändert. Das heißt, wenn ein Midi fährt, hat der hat den gleichen Isolationseffekt wie beim Maxi. Schön. Was fällt dir noch auf? Ist das ein Außengasanschluss? Ja, sehr schön. Reicht, okay. Zeig mal. Wow. Wow. Nee, du musst mal kurz beschreiben, was es ist. Mach mal auf. Und was ist es? Das ist keine Flüssiggaseinspeisung. Achso, kommen da Leute auf die Idee, da Flüssiggas... Ja, tatsächlich. Achso, die schießen eine Gasflasche an zum Aufladen. Wie süß. Sondern, was kann man hier machen? Ich weiß es nicht. Du hast eben noch wow gesagt. Den Außenkreis anspringen. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Da vorne steht jetzt 30 Millibar drauf. Mach doch mal auf, bitte. Dann, ich meine, du sollst die Schulung kriegen irgendwann mal in naher Zukunft, so in vier Wochen. Ja, aber wenn die schon für Einlegeböden vier Stunden lang ist, dann... Achso, die Schulung, meinst du? Ja, so, das sieht man hier. 30 Millibar, normalerweise zu Hause hast du einen anderen Druck auf den Gasgeräten. Ich glaube 50 Millibar. Ja. Okay, guck mal, Punkttreffer. 30 Millibar, weil die anderen Geräte im Fahrzeug auch 30 Millibar haben. Das bedeutet natürlich, wenn ich Gas dann nehme aus dem System, dass es da nicht mehr gibt. Man kann den Grill aber umrüsten. Das heißt, wenn ich so einen Weber-Grill habe, entweder gleich als 30 Millibar kaufen oder umrüsten lassen. Ja, sehr schön. Da funktioniert der nämlich nicht. Wenn ich hier so einen 50er anschließe, der geht nicht gut. Beziehungsweise hat nicht die gleiche Leistung. Die Außenaufbautür. Hier siehst du, hier hast du ein bisschen was reinkonfiguriert. Ist der jetzt hier strategisch preiswert konfiguriert? Also hier sehe ich, Grundpreis Serienfahrzeug 188.800 Euro. Und hier steht 275. Ein bisschen was hat er drin. Hat er Lithium drin? Also das Thema ist, was ihn so teuer macht. Wir haben natürlich gerade wegen dem Probefahrten sehr, sehr viel Ausstattung reinkonfiguriert. Wie Luftfederung, die Auflastung, die große Maschine. Und Fahrsicherheitspaket zum Beispiel, die ganzen Assistenzsysteme. Und die machen natürlich viel aus. Man kann auch ein Midi für 250.000 ganz realistisch zusammenstellen. Aber wir müssen auch ein bisschen was zeigen können hier vor Ort. Ja, denn was du nicht zeigen kannst, das kannst du nicht verkaufen. Könnte ich den direkt kaufen? Oder ist der erstmal... Ich finde beim neuen Iveco, wenn man sich das mal hier anguckt. Die kleinen Fahrzeuge dargestellt. Finde ich eigentlich auch ganz witziger kleiner Gag. Geil dich. Ja. Liebe Iveco-Leute, da ist nämlich einmal ein Kastenwagen drauf. So ein Koffer und eine Pritsche. Also dass man zeigt, was die alles so können. Also die Kabine kriegt man hier nicht mehr runter, aber... Zeig mal hier, was ist hier drunter. Das ist der Doppelboden. Hier habe ich noch Stauraum, oder? Hier ist nochmal zusätzlicher Stauraum, weil wir haben die Heizung auf der anderen Seite. Auch nach oben. Ja, alles komplett nach oben gehend. Und in der Mitte sieht man jetzt die Tanks. Wir haben jetzt in diesem Falle 345 Liter Frischwasser, 230 Grau und 115 Liter Toilette als Festtank. Und rechts das Silberne, das ist der Heizkörper für die Aldevan Wasserheizung. Das heißt auch, der Zwischenboden ist erwärmt. Der ist komplett durch erwärmt. Und die Wärme kann auch nach oben aufsteigen, weil wir oben so einen warmen Boden haben. Das heißt, du hast immer schön warme Füße oder wärmere Füße. Wenn die Heizung angemacht wurde, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich alles so toll an, aber... Die Can, die wollte eben schon reingehen, aber da dachte ich mir, du warst nicht nett genug. Wir bleiben noch eine Stunde hier bei 3 Grad draußen. Stopp, du musst erst zumachen. Genau. Denn da gibt es einen Anschlag hier mit Magnet. Zeig mal bitte. Mach ihn zu. Das ist sehr schön, dass man die Türen sehr einfach öffnen und schließen kann. Das stimmt. So einfach. Geh mal hoch, bitte. Einfach, einfach, einfach. Mir ist noch was eingefallen. Tatsächlich ist wieder der Supercens, weil der noch nicht umgerüstet ist, der ist noch nicht hochgelegt bei mir im Fäkaltank. Der hat den Geist aufgegeben. Das siehst du natürlich im Video, um schön Druck aufzubauen, dass ich das jetzt gleich noch weitergebe, damit das schön erledigt wird. Ja, ja, schon klar. Ja, du bist natürlich auch Concorde-Händler, auch Phoenix-Händler. Passt das zusammen, Concorde und Phoenix? Ist ja eine ähnliche Klasse. Also man muss sagen, das ergänzt sich perfekt, weil Phoenix baut ja sehr viele Alkoven. Und Concorde hat ja auch die Alkoven im Programm, aber eben auch die integrierten. Also man kriegt bei beiden alles Mögliche, aber jeder hat so sein Steckenpferd. Guck mal hier, gelasert. Ja, das muss ja auch schick aussehen. Man muss ja sehen, wo man reingeht und wo man zu Hause ist. Das ist der Phoenix mit der Lampe in der Mitte im Auge. Ja, das ist tatsächlich das allsehende Auge. Ja, das Design, ich finde das so fast schon zu modern, muss ich sagen, mit den Sternchen und diesem Phoenix-Schriftzug und da oben drauf. Wenn ich jetzt sage, hey, dieses ganz moderne Design, das will ich nicht haben, kann ich das auch ohne Sternchen kriegen? Nicht nur ohne Sternchen, man kriegt es auch als komplette schwarze Folie. Wir haben da verschiedene Designmöglichkeiten und gerade da kann man sie natürlich sehr schön individualisieren und ausleben. Aber die Sternchen, die sind schon immer da, oder? Die waren schon immer da, die werden auch immer da bleiben. Gut, also kommt aus Aschbach. Das Ganze liegt in Nordrhein-Westfalen. Ja, nicht ganz, ne? Also es liegt in Süddeutschland, in Bayern, beziehungsweise im Frankenland. Da werden sie gebaut, also nicht in NRW, dürfte da nicht. So, und jetzt haben wir einen Grundriss, den liebst du so sehr, muss ich sagen. Das ist dein Lieblingsgrundriss, den du schon immer haben wolltest. Also wir sind jetzt hier auf einer Länge von 7,40 Meter und die Küche fühlt sich, ne, wie viel waren es, 7,30 Meter? 7,85 Meter. Ah, 7,85 Meter, oh, da habe ich eben vielleicht falsch gelesen. 8,35 Meter, die wir da drüben hatten. Die Küche ist größer, also du hast das Gefühl, das ist fast nur Küche. Der Innenraum ist tatsächlich größer als bei uns. Das ist, ähm... Gefühlt, aber ich meine, dafür ist halt auch die Sitzgruppe ein bisschen kleiner geworden, aber ich finde, das tut ihm ganz... Mag ich mal reinsetzen in die Sitzgruppe, ist nämlich schön kuschelig warm. Ja, genau. Ich stelle mir vor, die Heizung ist an, obwohl man passt trotzdem noch komplett rein. So, ich gehe mal einen Schritt zurück, dann sieht man auch mal, wie sich der Raum hier öffnet. Das ist ein sehr, sehr schönes Konzept, bei dem auf der linken Seite, ist doch sehr nah an dem RRL, das ist übrigens an dem Concord dran hier, der Grundriss, oder? Ja, genau, das ist im Grunde genommen eine sehr ähnliche Variante. Sieht man mit dem 791 RL bei Concord, da kommt der Sitzgruppe nahe, das ist ja auch euer Auto, und der 890 hat ja wieder eine gedrehte Exitgruppe. Mag ich mal reinsetzen in die Sitzgruppe? Ja, wie kann ich es hin, dass man hier noch so viel Platz hat? Genau, wir sind nämlich jetzt... So klein? Ja. Ja, ist... Passt noch komplett rein. Und ich glaube... Ja, das ist auch komplett neu, weil früher hatten wir den Kühlschrank immer nur unter der Theke, bei mir, das ging auch nicht anders, du konntest es nicht anders konfigurieren. Und das ist jetzt die erste Generation, wo du einen großen Kühlschrank bekommst. Und wenn ich jetzt noch einen Fernseher haben wollte, der kommt dann hier hin, ne? Der kommt in die Ecke, und oben das Radiofach könnte zur Not entfallen, wenn man zwar einen 32 Zoller nimmt. Ja. Aber das ist schick. Das ist der Grundriss, der dir am besten gefällt von allen. Das ist nämlich sehr ähnlich unserem. Und das ist so diese... Bitte? Ne. Also, der Grundriss, den finde ich ganz toll, mit der Sitzbank hinten. Weil man halt... Ich finde generell halt die Eilkurven ziemlich gut, weil man ja immer dieses Wohnraumgefühl mehr hat. Aber die gedrehte Sitzgruppe, das ist mein Favorit. Sag mal, diese Riesenpolster über dir, kann man die hier entfernen, dass ich rausgucken kann? Also, ich würde sogar empfehlen, sie zu Hause zu lassen, wenn man sie wirklich nicht braucht. Weil das sind Kopfstützen, die brauchen wir für die Zulassung. Die sind auch gebaut für die nächsten 5000 Jahre. Aber in der Regel kann man die zu Hause lassen, ne? Und das heißt, wenn da hinten niemand sitzt... Es hat einen Nachteil, hinten zu sitzen. Denn das haben mir Leute nämlich beschrieben, die hinten saßen, während wir gefahren sind. Ich habe ja einmal... Wenn du gefahren bist, oder? Ich bin gefahren und wir haben den ja mal eingegraben, den Concorde. Hast du das Video gesehen? Ja, ich hab die... Auf dem Acker war das. Auf dem Acker haben wir den eingegraben und dann ging es dann relativ schräg. Und wenn du hinten bist und hier sitzt und es wird schräg, dann nimmst du diese Schräge ganz anders wahr, weil du viel höher sitzt. Aber das liegt vielleicht auch an deiner Fahrweise, ne? Ja, du fährst schon echt teilweise. Stimmt gar nicht, ich fahr gut. Ich bin ein ganz sicherer Fahrer. Warte, ich setz mich mal zu euch, dann können wir mal zeigen, wie schön groß die Sitzgruppe ist. Der gefällt dir? Ja. Finde ich ganz schick. Der ist sogar der Serienstoff. Doch echt? Kostet keinen Aufpreis. Luca, steck die nochmal rein. Die ist ja wirklich komplett aus Stahl. Also ich sag mal, das ist ja hier eine Konstruktion. Ich weiß nicht was damit. Also könnte man auch als Abschlepphilfe benutzen. Die ist ordentlich, oder? Ja. Die wiegt doch ein bisschen was. Ja, muss man gucken, dass man auch damit keine Kratzer irgendwo reinsetzt. Die Zuladung wird beim Ausladen um 210 Kilo erhöht. Wenn wir die beide rausholen, können wir vielleicht noch eine Spülmaschine reinmachen. Ja, das hier ist ja jetzt der MIDI. Und jetzt ist ja meine Frage, den Grundriss kriege ich identisch auch als Maxi. Den kriege ich identisch auch als Maxi. Ich kriege ihn auch noch eine Nummer kürzer als 7200er. Da fällt dann der Kühlschrank unter die Theke. Dann habe ich da Unterbaugerät. Und dann bin ich nochmal wieder ein Ende kürzer. Das ist ein total schöner Grundriss. Wenn ich den jetzt komplett neu konfiguriere, nicht den nehme, der hier steht. Wie lange muss ich dann warten? Ja, sehr unterschiedlich. Ich komme immer darauf an, wie viele man dann noch in der Vororder drin hat. In der Regel warte man meistens so 10, 12 Monate. Deswegen gibt es natürlich viele, die gerne so einen Aussteller nehmen. Der steht hier schon vor Ort. Und den kannst du dann natürlich direkt einsteigen und losfahren. Kann ich einen Gebrauchten bei dir in Zahlung geben? Also wenn ich jetzt hier so einen, was weiß ich... Oh, der Tisch schon kaputt. Hier. Nee, der ist nicht festgestellt, oder? Nee, der ist nicht festgestellt, ja. Der ist höhenverstellbar. Ich kann nicht hier schlafen. Ja. Kann man runter machen, Big Sofa draus machen. Guck mal hier in Ted Ford. Da kannst du einen Backofen mit Ober- und Unterhitze. Also du wolltest deinen in Zahlung geben? Nee. Ach so, okay. Das hatten wir mal vor. Aber ich habe mich jetzt um entschieden. Wir machen jetzt eine größere Lösung und dann schauen wir mal. Also du wirst es früh genug erfahren, Jan. So, ich muss das schnell beenden hier, das Thema. Das wird sonst teuer. So. Jetzt hier vorne hast du ein großes Spülfeld, sag mal bitte. Kochfeld. Kochfeld, genau. Und rechts die Spüle. Ich komme auch gleich einmal hier raus. Ja, komm mal raus. Das geht nämlich sehr einfach, wie man sieht. Luca ist auch schlank. Und das ist alles Mineralstoff, oder? Genau. Also es ist auch schon ein ordentlicher Querschnitt, wenn man jetzt hier mal drunter guckt. Das ist schon ein ordentliches Gewicht. Oh ja. Stimmt. Es ist kompletter Mineralwerkstoff. Kostet bei mir die Aufpreis. Deswegen muss man ein bisschen Maxi und Midi sich vielleicht mal zusammenstellen und gucken, wie groß die Preissifferenz am Ende ist. Und was ist normal drauf? Holz? Nee, normalerweise haben wir so eine Resopal-Oberfläche. Wobei, ich muss ehrlich gestehen, dass ich noch nie einen Kunden hatte, der es bestellt hat. Eigentlich nimmt jeder Mineralgranit. Mineralgranit. Lebensdauer von so einem Auto. Schafft ihr die fünf Jahre wahrscheinlich? Ja, das sollte man schaffen. Nein, aber so die Lebens... Sag mal, wir haben ja die ersten 97er, 96er, die wir da in Zahlung genommen haben schon, sind alle noch auf der Straße und wir sind in den Jahren mit der Qualität sogar noch besser geworden bei Phoenix. Und entsprechend sollte das Fahrzeug mit sicher eine Lebenszeit von mindestens 30 Jahren haben, wenn nicht länger. Ja, die Klappen hat sich Can nämlich heute schon wieder beschwert. Die schlagen so zu bei uns. Liegt daran, die sind nicht Soft-Close. Hier sind Soft-Close, oder? Also wir haben ja hier selbst verriegelnd. Genau. Also die sind nicht Soft-Close. Genau. Die gehen auch so zu. Die sind nämlich selbst verriegelnd. Das sieht man auch an den Schubladen hier unten. Also die anderen muss man ja immer zuschieben und dann muss man den Knopf drücken. Und hier zieht man zu und dann sind sie zu. Sehr schön. Also in der Kurve gehen sie zu und gehen nicht mehr auf. Genau. Also bestenfalls sind sie schon vor der Kurve zu gewesen. Aber so muss man wenigstens nicht wie die Stua das einmal komplett... Genau. Das fällt hier weg. Man muss nur noch die Dachlupe kontrollieren und die Trittstufe und Strom. Machen wir unten ein bisschen die Schublade auf, Can. Genau. Da ist eine Schublade. Da drunter ist noch eine. Auch noch eine. Das ist übrigens der Platz für den möglichen Geschirrspüler. So. Da drunter übrigens, hinter dir, ist noch eine Schublade unter der Sitzgruppe. Da ist eine ganz lange. Da kann man nämlich... Naja, so lange ist sie nicht. Aber dann hast du diesen hervorragenden Kühlschrank von Kisman. Und das ist eigentlich ein... Haushaltskühlschrank. Von? Kisman. Nee, ich weiß gerade nicht. Aber der Originalhersteller war... Ich habe es vergessen. Bauknecht. Ah, der Bauknecht. Genau. Der alte Bauknecht. Der alte Haudege Bauknecht. Funktioniert gut, der Kühlschrank. Das ist riesig. 195 Liter. Und obwohl ich den Kühlschrank hier drin habe, habe ich da drunter noch zwei Schubladen. Also das ist schon... Das liegt halt an der Tiefe. Kompressor hat halt hinten nicht wie beim Absorber die ganze Technik hinter. Sag mal, könnte ich den so kriegen, dass ich oben nur kühlen könnte? Also es gibt von dem mehrere Kombinationen. Aber am Ende des Tages, wenn wir nicht fündig werden, nehmen wir halt einen anderen Haushaltskühlschrank. Also ich habe gesehen, dass jemand schon mal die Kompressoren so programmiert, dass du nämlich die Temperatur frei einstellen kannst. Das könnte hier sogar auch so sein. Da kann man oben nämlich sagen, hätte ich auch gerne vier Grad und dann hast du zweimal Kühlschrank. Du meinst vier Grad wie die Außentemperatur hier, oder? Ja. Oder Innentemperatur. Öffne mal wieder. Und ja, Can, wir haben einiges gelernt. Und beschreib mal, was wir sehen. Der Sicherungskasten, der ist so bei Phoenix auch immer eingebaut. In jedem, genau. Kleiderschrank. Also nicht in jedem Kleiderschrank, sondern... Ja, auch in jedem Kleiderschrank. Im oberen Bereich sehen wir? Im oberen Bereich sehen wir den... Wie nennt man das nochmal? 230 Volt. 230 Volt. Und den musst du einmal kurz abschrauben und dann gehst du mal ganz kurz mit deinem Finger... Nee, das sagt man nicht. Und unten ist... Das ist Hochvolt. Und unten ist wie viel Volt? 12. 12 Volt. Also, beziehungsweise 24 Volt, je nachdem, was für ein Auto es ist. Genau, je nachdem, was man für ein Chassis hat. Aber man findet hier alles. Und wir haben ja sogar noch eine kleine Halterung im Schrank. Die wird dann immer montiert, wenn der Kunde kommt oder bei den Ausstellen teilweise schon drin. Ich guck mal kurz. Genau, hier oben ist sie. Da kommt nämlich die Phoenix Taschenlampe ran. Wenn der Strom ausgeht, dann funktioniert zumindest die Taschenlampe. Oder der Besen. Oder der Besen. Nee, mit dem Besen leuchtet es sich schlecht. Und dann kann ich nämlich gucken, welche Sicherung raus ist und dann den Fehler suchen. So, eine Garderobe, die geht nach innen. Das heißt, die Jacken tragen nicht so auf, nicht so stark. Genau. Das ist alles hier für die Praxis, oder? Mach mal die Außentür mal bitte zu, lieber Luca. Dann hat das Licht es nicht so schwer hier zu kämpfen. Und dann siehst du hier sehr schön. Das ist ja Phoenix, wie es leibt und lebt. Andere haben, keine Ahnung, computergesteuerte LED-Gismus und Phoenix. Die sagen hey, LCD, Votronic, da sind wir zu Hause. Ja, man hat mit dem Display tatsächlich alle Sachen in einem Blick. Also die ganzen Tanks, die Gas, den Ganztag selbst, die Solaranlage, Inverter, Wasserpumpe. Alles auf einmal. Kommt aus dem Fernreisebereich, funktioniert einfach ekelhaft gut und geht sehr selten, oder? Ja, das ist halt der Vorteil. Man kann immer überlegen, wie viel Technik möchte ich im Fahrzeug drin haben. Und das ist die Variante, wo ich sage, ich verzichte darauf, dass es halt ein schickes Touch-Display ist. Aber dafür funktioniert es halt. Wirklich, ihr habt kaum defekte Displays, oder? Das fällt sehr, sehr selten aus und lässt sich auch sehr einfach tauschen. Daneben ist die Alde-Heizung. Hier mit Alde-Flow, hast du mitkonfiguriert? Die ist hier nicht drin. Kann man nachrüsten. Genau. So, vorne ist dieses Haushalts-Fliegengitter. Auch da hat die Can eben schon mal auf und zu gemacht. Aber das kann man eigentlich tausendmal zeigen. Und dann stellt sich direkt die Frage, warum bauen alle das nicht so ein? Oder, Can? Ich stelle dir die Frage gerade. Bei vielen Dingen stellt man sich die Frage, genau. So, geh mal durch, bitte, Can. Und dann sieht man, Phoenix hat also nicht eine leicht zu öffnende Schublade, um auf das Alkoholbett draufzukommen, sondern eine Bretterkonstruktion. Auch da habt ihr einen Sonderbau. Wenn einer so eine Schublade haben will, bitte euch fragen. Gegen einen geringen Aufpreis von 9.680 Euro wird es denn cheapbar? Dann gibt es sogar noch eine Hubstützanlage kostenlos dazu bei dem Preis. Insofern. Ihr könnt es umbauen, oder? Ja, genau. Also es gibt drei Möglichkeiten. Hier sehen wir die Einlegebretter. Dann gibt es eine Schublade. Und dann gibt es noch eine Schublade mit einer Klapptreppe drin. Das heißt, die drei Möglichkeiten hat man. Genau. Was wird meistens gekauft? Das hier? Tatsächlich mit den Brettern. Ja, tatsächlich. Weil das sehr stabil ist und die Leute haben immer keine Lust bei so einer Trittstufe. Gut, ist immer Geschmackssache. Aber da runter zu segeln und das passiert natürlich bei so einer Stufe nicht. Also du stehst ja schon mal ein paar Tage, dann kannst die Bretter... Dauert ein paar Sekunden. Can, zeig mal, wie geht das? Du hast ja den Kurs besucht. Nach vorne hochziehen. Nach vorne hochziehen. Nee, es ist nicht ganz unten. So, jetzt. Jetzt nach vorne hoch. Mach mal ganz runter und dann geht es nach vorne hoch. Und du warst extra auf dem Kurs. Rechts abbiegen. Also das... Also du warst ja in der Volkshochschule Ittstedt. Die haben so ein Phoenix-Brett. Ja, ich mach das mal. Umrisskurs. Und dann geht das so... Man muss immer gucken, da wo der kleinere Schenkel ist. Also hier habe ich ja einen tiefen Schenkel. Hier habe ich den flachen Schenkel. Und zu der Seite zieht man es dann raus. So, zeig nochmal, wie es reingeht. Dann glaube ich es dir auch. Also es wird so reingedreht einfach. Und dann einfach aufgestellt. Ist auf jeden Fall einfacher wie ein Fallzelt von Decathlon. Kennst du die? Diese Wurfzelte von Decathlon. Diese Eier. Wenn du mal Kinder kriegst irgendwann. Und so ein Ding mal am Strand aufbaust, geht sehr schnell. Zusammenbauen nicht so schnell. Wenn man weiß, wie es geht. Ich habe keins, aber... Ein Wurfzelt. Kennst du die Wurfzelte? Ja, schon mal gesehen. Okay. Wenn dich mal aufs Klo setzt, bitte, Jan. Dann bist du aus dem Bild. Und dann sieht man sehr schön eine Norm-Jan mit ganz langen Beinen. Hat Beinfreiheit pur bei Vollrichtung ihres täglichen Geschäftes. Jetzt... Man kann aber dieses... Stell dich das alles vor. Ja, man kann aber diesen Schemel hier unten. Und Jan hält gerade ihre Hände in der Tasche, weil es so kalt ist. Aber genau, wenn du mal rausnimmst und mal zeigst, hier könnte man sich auch schminken, oder? Wenn man hier sitzt, war ich... Achso, während dem Sitzen. Mit Sicherheit. Oder ist so weit weg. Ich hätte, glaube ich, ziemlich... Also hier könnte ich mich ziemlich nah schminken. Guck mal, da vorne ist ein Schminkspiegel über dir. Ja, der ist aber dann zu hoch. Ich könnte ihn natürlich dann umdringen. Da musst du nur den Luca... Genau, steh mal auf. Der ist nämlich genau für Frauen, ist der kreiert. Also ich finde, an Spiegeln habt ihr definitiv nicht gespart. Und das finde ich super. Ist auch gar nicht schlecht. Also gerade, wenn man auch mal zur Messe los ist. Und dann kann man, blöd gesagt, hier auch mal auf den Hinterkopf gucken. Und hinter hier hält auch noch der komplette Spiegel. Ja, genau. So, wir tauschen mal. Ich geh mal hier rein. Dann zeig ich mal. Also hier ist eigentlich das Waschbecken. Mineralstoff wieder, auch preispflichtig. Das ist in einem Paket. Und dann hast du überall Mineralwerkstoff. Du hast die Mikrofaser-Innenverkleidung. Da gehören verschiedene Sachen dazu. Der Handtuchhalter mit drin? Der ist immer dabei. Der ist Serie? Ja, genau. Aber wahrscheinlich nicht der Handtuchwärmer. Der Handtuch-Heizkörper ist Serie. Das ist ja eher das, was mich dann interessieren würde. Ne, der ist immer dabei. Der ist bei Concorde nicht dabei. Also in den 791er kannst du ja den sich ohne bestellen. Das geht. Ja. Habe ich gemacht. Ich habe es vergessen. Warum macht man sowas? Ja, zu blöd. Aber das ist so passiert. Hast du bestellt, ja? Nein, ich habe ihn nicht bestellt. Hast du ihn nicht bestellt? Okay. Deswegen haben wir ja keinen drin. Achso, du meinst bei unserem Jett. Ja, ja, ja. Kann man aber auch. Auch das müsste ich dem Luca sagen. Mit viel Aufwand könnte man sowas nachrüsten. Aber das Schöne ist ja hier wirklich diese Liegefläche. Geh ruhig mal drauf, Can. Denn du kannst die Beine... Jetzt kannst du die ganz große Dusche unterschlagen. Achso, die machen wir gleich. Genau. Gleich im Anschluss. Hier können nämlich zwei Personen prima schlafen. Und ist auch gemütlicher als im Wurfzelt. Also insofern ist immer die Frage... Ich weiß nicht, ob ich da so drin schlafen würde. Aber hier hat man wirklich eine dicke Matratze drin und... Sag mal, ist die Sitzhöhe so hoch wie bei uns? Oder ist sie ein bisschen höher? Ich glaube schon gleich. Bisschen gleich ungefähr, ja. Ich bin mir jetzt nicht... Doch, ich glaube schon ziemlich gleich. Aber ist schon hoch. Also du konntest jetzt einfach mal stehen. Und dann sieht man das sehr schön. Jetzt gibt es hier eine Tür. Auch Luca mal bitte zeigen. Einmal gibt es eine Tür von unten. Da kannst du einfach hier das Fahrhaus zu machen. Und sogar abschließen. Und dann gibt es hier eine Tür. Kann man verriegeln. Und auf Wunsch sogar mit Spiegel. Brauchen wir aber nicht. Weil hier ist ja ein Spiegel drin, wie man sieht. Also da ist ein Spiegel. Und jetzt komme ich mal rein. Mach mal die Tür zu. Mach mal zu, Luca, die Tür. So, ich hau die mal hier zu. Und dann siehst du diese schier unendliche Dusche. Die so groß ist, dass... Luca, geh mal rein und pass bitte auf die Tür auf. Die ist ja eben ein kleines Mal leer passiert. So eine Dusche hast du im Wurfzelt auch nicht drin. Ne, hast du auch nicht drin. Also ich habe das jetzt so gesagt, weil ich Angst habe, dass meine Freundin das sieht und sagt, so ein Wurfzelt wäre ja auch nicht schlecht. Also insofern... Ja, ich glaube da gibt es viele Dinge, die nicht in einem Wurfzelt mit drin sind. Das ist schön bestimmt noch in der Leitung. Also der Tank selbst hat 345 Liter. Und damit kommt man dann schon lange raus. Kann man schön lange duschen. Grauwasser? 230. Und Schwarzwasser? 115 Liter. Warum nur 115 Schwarzwasser? Das Problem ist, bei der Fahrzeuglänge fehlt uns irgendwann auch der Platz im Doppelboden. Da muss man dann entweder einen Spezialtank nehmen, das geht auch im Nachrüstbereich. Kommt aber hin. Also 115. Ich habe jetzt einen 300 Liter Schwarzwassertank. Den kriege ich nie voll. Nie. Ja, das stimmt. Also man kommt da immer noch eine gute Woche mit aus. Und wenn man halt mehr kapaziert möchte, dann einfach mal bei uns klingeln und klopfen. Wir machen alles möglich. Machen wir hier auf, da das kleine Schränkchen. Bitte. Und da hast du auch ganz viel Stau. Das Ganze ist handwerkliche, bayerische oder fränkische... Ich wollte gerade sagen, sagen wir mal lieber fränkisch, ne? Wieso ist das in Bayern? Ja, ich sehe das genauso. Und hier unten? Haben wir schon aufgemacht. Ja. Okay. So, dann sind wir durch. Hier sind natürlich auch noch zwei Subplanen, die immer... Ah, hier fehlt der Knopf. Da fehlt der Knopf. Jetzt hat schon einer mitgenommen. So schnell geht das, ne? Ersatzteile benötigt und dann zack, hat das jemand mitgenommen. Stopp mal, mach doch mal auf. Das sind Blumenauszüge. Also richtig wie... Könnte auch in der Werkstatt sein jetzt hier. Und wir sind in einem MIDI. Das darf man nicht vergessen. In der Einstiegsklasse bei Phoenix oder in der Startklasse wird tatsächlich überall auf Qualität gesetzt und so gehört sich das auch. Ich glaube, das macht Sinn. Also wenn du von Anfang an eine gute Qualität verbaust, dann hast du es später im Service viel leichter. Habt ihr Stress mit Phoenix eigentlich so? Ne, also man darf ja nicht vergessen, dadurch, dass wir halt so stabil bauen und dass die ganzen Beschläge entsprechend stabil sind, geht natürlich extrem wenig kaputt. Also wir haben das natürlich, dass wir auch genauso Anfachschäden reparieren müssen wie bei anderen Herstellern. Das bleibt natürlich nicht aus, aber sehr wenig gewährleistet. Aber nicht so dieses typische, die Duschtür ist total verzogen oder sowas. Das ist eher selten. Tatsächlich. Das ist sehr selten. Komm, wir gehen raus. Der Phoenix Midi. Und wo es Midi gibt, da gibt es auch Mini. Ne? Ne. Wir starten bei Midi in diesem Falle. Und dann ist Schluss. Und mal gucken, was muss ich denn hier anlegen. 188.800 Euro. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen mehr vorsichtig mit den Aussagen, kann sich jeder leisten? Gab es Kommentare? Ne, kann sich nicht jeder leisten. Aber für viele ist das ja hier ein Lebenstraum. Gerade wenn man so um die 35 Jahre alt ist, muss man noch 20 Jahre warten. Hoffentlich. Ich hoffe nicht. Aber das sind doch oft, sind schon Familien da und da? Ja, definitiv. Familien oder eben, was auch ganz nett ist, dann wird ein Fahrzeug in Zahlung gegeben und dann kaufen die Kinder einen Kassenwagen und die Eltern einen Phoenix. Das ist natürlich auch gerne bei uns gesehen. So, Grau oder Weiß? Was wäre dein Grau? Ja. So, der ist hier in Grau. Und das Schöne am Grau ist, der wird... Ist das eine dankbare Farbe, wenn es dreckig ist? Das geht tatsächlich. Also, es ist ein sehr helles Grau, aber am Ende des Tages ist die gesamte Unterschürze dunkel. Das heißt, das, was hochfliegt, ja, das bleibt an einem Grauen hängen. Also im unteren Bereich. Tschö. Achso, wir müssen noch sagen, wo wir sind. Nein, tschöö. Reimers Reisemobil GmbH. Wir sind in Itzstedt. Heute ist der 17. 18. 18. März 2024. Tschüss. 2. ause